Jeder kennt die uralten Pyramiden der Ägypter, doch heute zeigen wir ihnen eine Pyramide die moderner nicht sein könnte. Der CLS Pyramiden PC bietet eine beeindruckende Optik, ohne an Funktionalität eines normalen Rechners zu verlieren. Wir bauen ihre gewünschte Hardware ein. Egal ob ein beleuchteter RAM, kleine Refresplatten auf dem Fullartix Motherboard, große HDDs am Gehäuse, Netzteile bis 2500 Watt, die neuesten Grafikkarten und auch duale Grafikkarten oder eine in allen Farben strahlende Wasserkühlung. Der PC bietet genügend Platz für die zukünftige Hardware, die ihn noch schneller macht. Sie können ihn von Grund auf so designen, dass er perfekt in ihr Wohnzimmer passt oder als High-End Gaming PC an ihr Setup. Der Rechner funktioniert wie ein normaler PC, bietet dabei aber eine beeindruckende Sicht auf die von ihnen ausgewählte Hardware, so dass sie den PC noch nach Jahren gerne anschauen werden. Bei weiteren Fragen oder zu kostenlosen Beratungen kontaktieren sie uns unter dieser Nummer.